Musik Meine Ideen sind namentlich nicht so regulär, die können ein bisschen, ja, vielleicht kontroversiell scheinen. Ich bleibe doch primär, was meine eigentliche Mission ist auf dieser Welt, ein Vertreter von der dynamischen Morphologie und Embryologie. Und das ist, meinst du sozusagen, meine Verbindung mit Endothel-Stil und es ist, dass wir nicht ein Wesen sind von nur Anatomie, wir sind ein Wesen von Geist und Materie. Und das bleibt meine wichtigste Botschaft so in der Welt. Und heutzutage werde ich versuchen, meine phänomenologische Sichtweise auf den menschlichen Körper zu verbinden mit diesen Ideen von, wie ist die Fascia, was ist die Fascia und wie ist es organisiert. Vielleicht geht es bei Fascia über was uns zusammenhält, aber was hält uns eigentlich zusammen? Was kann eine Maschine, wie wir heutzutage über unser Körper so manchmal denken, zusammenhalten? Was hält eigentlich der Organismus zusammen? Darin spielt die Fascia eine sehr wichtige, vielleicht auch eine Schlüsselrolle. Ich bin, nicht vergessen, ich bin Embryologe. Und Embryologen glauben eigentlich nicht in Anatomie. Anatomie ist Raum. Und Embryo zeigt, dass unsere Organismen, unsere Körper sind nicht nur Raum. Wir sind Raum und Zeit. Wir erscheinen, wir sind werdend und unser Körper ist niemals fertig. Das ist das wichtigste Unterschied mit Maschinen, mit biologischen, räumlichen Strukturen. Wir sind niemals fertig. Die Anatomie wird eigentlich niemals vollständig. Wir sind ein Prozess, wir sind eine Bewegung, wir sind ein fortwährend Gestaltendes. Ebenfalls unsere Bewegung, unsere sogenannte Locomotion ist kein Bewegung. Es ist ein sich gestalten, in Raum und Zeit ändernd, metamorphosieren. Was hält uns eigentlich zusammen? Auch die Physiker sind damit noch immer beschäftigt. Was hält uns zusammen? Anatomie macht viel mehr kaputt, als du denkst. Die Anatomie ist nicht nur Dissektion in buchstäblicher Sinne. Die Anatomie ist auch Analyse in mentaler Sinne. Wir denken immer das Körper in Teilen. Und der Embryo ist klar und klipp, klipp und klar über seine Message. Wir sind keine räumliche Zusammenfassung von Teilen. Der Körper ist nicht von Teilen, der Körper ist nicht von Zellen, nicht von Unterteilen aufgebaut. Wir sind ein Ganzes von Anfang an und es ist klar, wir organisieren uns in unsere Teilen. Wir organisieren uns in unsere Organe. Und wir sind niemals ein Aufbau, eine Summe von Teilen und Organen, was die Anatomen uns noch immer glauben lassen wollen. Die Embryo lehrt uns etwas anderes. Die Embryo lehrt uns, dass wir von Anfang an ein uns Bewegendes sind. Wir sind ein Gestaltendes. Niemals ist der Körper fertig. Und eigentlich ist es falsch zu denken, dass du damals Embryo warst. Du bist noch immer Embryo. Das Embryonale ist das Primäre, das Grundlegende, was wir jeden Tag leisten. Und es ist die Gestaltung des Körpers. Ein Prozess, das niemals fertig wird, das niemals endet. So Gestaltung, Formgebung, Metamorphose, das ist das Prinzip von lebendigen Organismen. Wir sind Prozessen und nicht wie Maschinen einmal vollendet. Der Embryo ist noch immer in uns und die Teilen der Anatomie kommen aus das Ganze hervor und nicht anders um. Es ist die Ganzheit, die uns zusammenhält und nicht eine bestimmte Substanz oder etwas extra zwischen den Organen und Körperteilen, das uns zusammenhält. Auch Fassi kann diese Rolle nicht spielen. Aber Fassi ist vielleicht der Repräsentant von das ganzheitliche Prinzip, das uns zusammenhält. Die meist wichtige Aussage meiner Meinung nach von Endotelestyl war ein Adagium, ein Thema, das er oft wiederholt hat. Und das ist Man is Mind, Motion, Matter. Er betrifft, er betrachtet den Menschen nicht nur als körperlich, aber auch als geistig, seelisch. Und er ist seine Schnittstelle, sein Interface ist Bewegung. Und auf Neue siehst du, das Raum und Zeit ist die Schnittstelle und nicht nur das Räumliche der Anatomie. In seiner Arbeit ist die Fassi immer das Vermittelende, das Raumschaffende, das Raumgebende, aber auch das Verbindende. Und da kommt er auch mit Aussagen als, im Wasser und die Flüssigkeiten der Fassi lebt vielleicht und lebt und webt die Seele. Es ist so einfach für mich, aber ich frage mich immer, woher komme die Sache? Und die Embryo gibt dann die Antwort. Aber die Embryo nochmal ist nicht Vergangenheit. Man muss nicht denken, dass einmal im Embryo die Fassi gebildet worden ist und dann nachher, dass die Fassi eine anatomische oder funktionelle Rolle spielt. Nein, Fassie bilden, die Fassie Gebärde, die Fassie Gestik ist noch immer in unserem Körper anwesend. Alle Organen sind noch immer Prozess. Der Embryo in uns ist keine Vergangenheit, es ist das Primäre in uns. So, jedes Sein wird uns nur von seinem Werden erkannt, sagt Häckel, der große deutsche Biologe. Woher kommt doch die Fassie? Wann wird sie gebildet? Wann wird sie gebildet? Wann wird sie gebildet? Untertitelung des ZDF, 2020